Willkommen zu einer neuen Folge Super Meat Boy So, sind da letztens hier stehen geblieben Ja, und ich bin natürlich immer noch unfähig, wie man deutlich merkt Ja, deutlich, sehr deutlich sogar So gut, Konzentration, so Drop, ah, bäh Zu früh Zu spät Jetzt muss ich ja genau so ein Zwischending von beiden machen, dann läuft's Genau, jetzt muss ich natürlich nicht ins Lava reinlaufen Und da auch nicht Ja Unfähigkeit Nein Verkackt Nein So Ja Unfähigkeit hoch 10 Mit der hoch 3000, eine Milliarde? Weiß es nicht Der ist, der Jump ist easy So, jetzt wird's wieder schwer Ich muss hier runterspringen Nein Warum laufe ich da ins Lava? Warte Das ist so verarsche Nein Das Spiel ist so gemein zu mir Natürlich ins Lava Da natürlich auch, weil ich so unfähig bin Wieder Weil ich so unfähig bin Das war knapp Ja, weil ich so langsam war Unfähig So unfähig Ich glaub In diesem Spiel bin ich einfach unfähig Ich weiß nicht, ob was unterhaltsam für euch überhaupt ist Wenn ich so verkacke Na ja Ich muss mal ein paar Ich muss mal Contest 2 Glieder aufnehmen Aber Alleine ist das scheiße Und Ja Ergibt sich irgendwie nie was So mein Matchmaking oder sowas wär mal nett Da ist, bin ich auf jeden Fall Bedeutend fähiger als hier Da geht der wie Eagle Master und so Was war das? Ich bin einfach so komisch rübergerutscht Obwohl ich nichts gedrückt habe Unfähig Ich bin unfähig 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 Kann doch nicht sein Und jetzt 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 Ja Komm Diese Runde Wird klappen Ja Nein Nicht Ich Dann auch nicht wieder Natürlich genau da In das scheiß Lava rein Oder jetzt sprich ich einfach in den Nix rein So Könnt ihr mal sagen ob ihr das Spiel auch habt Und ob der auch genauso unfähig seid wie ich Ha sogar mit A plus Ja Ein bisschen näher ins mikrofon Ja okay geschafft Ja okay Warte Gab das nur Okay Ob das da unten sieht Ich will da gerne hin, aber wie? Egal Okay, da ist jetzt übelst Time-Sapper So, das ist noch easy, verhältnismäßig Das ist schwer Da oben Muss man gleich genauer analysieren So, das Ding geht in Sekundentakt Darüber Dann muss ich so Nein, nicht so Kann ich einfach hier drüber? Nein Und Fisch Und Fisch Nein, 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 nein Genauso habe ich mir das gedacht, aber Ich habe nicht weiter gedacht Und Fisch Und Fisch Und Fisch Nein, 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 ich habe doch so einen leichten Jump gemacht Ich verzweifle immer Nein, 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 nein Aaaaahhhh Boah 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 Ich hatte mich jetzt so tot geärgert, wenn ich da den letzten Zentimeter verkackt hätte Ich habe xbox controller vom fenster runter geschmissen mit wucht Was da unten Dass die zwei stockwerke unterfällt nur staub auf ein aside liegen bleibt so hätte ich ihn runtergeworfen mit kabel natürlich Gut Nur sekunde hat gefällt so schloss 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 los dann machen wir hier 13 natürlich die super duper glückzahl Aber die nummer 13 die super duper glückzahl aber glaube ich erst in der nächsten folge das ist genug genug unfähigkeit für eine folge würde ich sagen bis zum nächsten mal Abonnieren nicht vergessen daumen nach oben kommentieren